So, und willkommen zum nächsten Minecraft-OK. Äh, ja, sorry, nachdem, äh, ja, es war ein halbes Fail, halbes Nicht-Fail. Also, ähm, mich war gestern beim Aufnehmen echt so heiß, dass ich dann später mich dazu entschieden habe, dass ich mir dachte, okay, nimmst einfach die Tonspur raus, weil es war echt, ähm, ein bisschen schrecklich, also, es war echt nicht so toll. Ich glaube, ich bin jetzt noch ein bisschen heißer, keine Ahnung, was das kam, irgendwie wahrscheinlich von, keine Ahnung. Ähm, egal, auf alle Fälle habe ich dann außerdem auch die Minecraft-Tonspur rausgeschnitten und das Video dann gelöscht und, ja, es war, ähm, ein kleines, das ist ein kleines Fail. So, ich habe auf alle Fälle vergessen, die mir die Arbeit gemacht, alles mal umzulagern. Und, äh, ja, das ganze Zeug ist jetzt da drin und die Sachen, die jetzt alle eine eigene ID haben und praktisch zu viel Platz brauchen würden, ist jetzt da drin. Ähm, die Crystal Just kommt allerdings auch weg wegen, äh, Lag Prevention und so. Und ich weiß nicht, ich habe es gestern selbst nicht mehr ausprobiert, aber wenn man jetzt hier reingeht, genau, jetzt lagst du nämlich auch nicht mehr. Boah, das ist echt das... Okay, das sind so Mini-Legs, aber nichts wirklich Schlimmes. So, Overworld. Und das Zeug da unten alles. Boah. Jetzt haben wir da unten praktisch eine Milliarde, äh, Dingsnussdinger da unten rumstehen und so. Und ich habe gerade selbst nicht wirklich Ahnung, was wir mit dem ganzen Zeug noch machen sollen. Weil das Ganze da einfach echt dann, ja. Was haben wir jetzt im Ok-Moment Rotary Mac Creator und Induction Spuren, da ist. Hm, die werden wir auf alle Fälle fürs Ding hernehmen, für das, ähm, unser neues System, für unser ME-System. Und ja, ich muss gleich jetzt auch eins sehen nach den, ja, 85 Folgen, äh, wo uns dieses System echte, gute Dienste geleistet hat. Äh, das ist es einfach, ähm, leider nicht so wirklich aktuell, nicht auf dem aktuellen Stand, aber nicht, dass es, dass es nicht so auf dem aktuellen Stand ist. Äh, und falls ihr euch jetzt fragt, wieso, äh, Tech-It-Light und wieso kein, äh, VTBs, das, ähm, war so ausgemacht und so. What? Oh. Stimmt, ja, das muss auch verbunden werden. Das hat einfach nur, ähm, den kleinen, aber vor allem den Grund, ähm, dass ich mir dachte, nach dem Felder gestern, ähm, bringe ich lieber nochmal eine richtige Minecraft-Folge, also eine richtige Tech-It-Light-Folge und, äh, ja, so kam ich ganz ehrlich nicht zustande, ja. Ich hatte das Zeug jetzt noch eingelagert. Ähm, man. Sorry. Ähm, und ja, ich habe, ich habe das Ganze gestern off-screen umgelagert, wie schon gesagt. Sorry, Mann, das ist echt, keine Ahnung. Egal, ähm, gerne schauen wir mal kurz drüber, ob wir jetzt schon die Chipsets fertig haben. Ah, Mann, was ist denn schon los? Gibt's doch gar nicht. Wenn ich jetzt rauchen würde, so, dann würde ich es ja verstehen, aber das mache ich ja nicht. Ja. Naja, egal, ähm, jetzt brauchen wir die, kein Ops, wir brauchen, einen Black Ops, nee, wir brauchen, wir brauchen, nein, die Pattern Provider. Pattern Encoder, Pattern Provider, genau. Ach, das ist genau, das ist ja easy. Quarz-Crystal. Wisst ihr, was, machen wir jetzt mal kurz aus dem Quarz-Crystal? Nee, warte mal. Nee, nee. Hauen wir mal kurz ein bisschen Quarz. Oder haben wir Silikon? Quarz... Ah, Quarz-Crystal, okay. Macerator. Batterie, fast leer. Das ist, dieses ist die wahrscheinlich, äh, häufigste Meldung, die mit dem iPhone überhaupt kommt. Echt, ich bin von dem iPhone echt, äh, ziemlich überzeugt eigentlich, aber, ja, bis auf, bis auf die Akkulaufzeit. Und da bin ich nicht so überzeugt. Äh, brauchen wir jetzt ein bisschen Redstone. Dass wir, äh, von weiter weg, äh, connecten können zu dem, ähm, ME-System, das bauen wir auch bald noch. Ist allerdings ein bisschen Quarz-Aufwendig und vielleicht brauchen wir, okay, nicht wirklich Quarz-Aufwendig, aber, dann müssten wir noch ein, zwei, äh, Quarz-Ding abbauen, dass wir genug haben. Aber egal. Äh, Storage-Cell, äh, oh, fuck. Ich ahne gerade was Böses. Oder? Oder haben wir jetzt vielleicht gerade hier zuviel geklaucht? Warte mal, jetzt haben wir, ähm, eh, Adventspurchas, Prost. Genau. Egal, ähm, wir haben dann die, 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 Uuuuuhh, warte mal. Brauchen wir noch gar nicht zuviel, haben wir drauf. Was können wir da eigentlich raus? So, ups. Brauchen wir die Storage-Cell? Oh mein Gott. Ich fällt gerade ein bisschen. Jetzt fehlen uns noch ein paar Quarz. Fuck. Quarz, ähm, kriegen wir noch, ja, kriegen wir glaube ich genug. Reicht gerade noch so. Extractor-Compressor, okay. Drei, super. Und was haben wir dann? Brauchen wir noch? Wir brauchen ja Quarz. Fuck. 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 Haben wir jetzt eigentlich mittlerweile schon eine Glück-Drei? Ach, der, vorhin zwei, shit. Dann haben wir noch irgendeine, äh, eingefrackte. So, genau die. Warte mal kurz, wir hatten noch hier irgendwo unser Portal. Da ist es. oh mein gott okay ja hier war bloß das zeug da warte mal kurz wie waren das ganze hier haben wir ja da hatten wir hier dinge nee wir hatten ja nix das heißt brauchen wir kurzen ist auch schon mehr reinkommen superstrange naja bei der welt so viel zeuge machen und so boah das schaut richtig geil aus nice leck mich leck mich mal am arsch die kleine kackviecher komm geht weg ich will ja bauen 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 okay warte ich treffe 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 fuck you ja aiming like a boss also das boden finde ich das sehr sehr geil ich meine man hat hier bei dem ding dann echt so ein bisschen realitätsfeeling irgendwie keine ahnung ich meine ich hätte auch natürlich noch ne ideen für andere bodenarten bodensorten whatever so ganz ziemlich geil dafür aber ich denke mal hier macht es glaube ich ganz gut also hier kommt nach der großem eq dann ich glaube ich glaube ich schon nicht schlecht aus dem schluss dann fertig sind da können wir ne warte eigentlich wollten wir zu farmen also belassen wir einfach mal mit bosen was wir gemacht haben und ich bin mal ein mini rupfler lags dingern die auch hier gar so ein bisschen nervig sind aber egal ähm ein book age oh mein gott welche ages waren das hier also ich hab keine ahnung mehr Was ist das? 175? Was war das für eine? What? Super strange. Super strange. 98? Ich hab sogar einen Linking Book dabei. Wo sind wir denn hier? Wir sind jetzt irgendwie... Linking Book. Ah, ein Overworld Linking Book. GG. Schauen wir mal kurz. Ob's hier unten irgendwas gibt. Okay, jetzt hab ich auch schon nicht mehr Erze. What the fuck's on this? Gibt's hier Ernst auf keine Erze? Ah lol, doch, da gibt's Erze. Ah lol, doch, da gibt's Erze. Redstone. Brauchen wir jetzt, wenn wir nichts umlegen. Redstone. Bad Job, okay. Uuff. Fuck. Ich seh gleich mal, ist es Quarz? Ja, ist es Quarz. Quarz, 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 Quarz. Sehr nice. Neun Quarz. Was haben wir? Ah, dieses Mining-Dinger. Sehr, sehr nice. Neun Quarz schon mal so instant gefarmt, das ist schon, äh... Für mein Glück immer beim Quarz-Farmen, das ist schon mal, äh, ziemlich nice. Ach, jetzt war's Fliegen, wir sind mal so rückwärts. Ich will mich grad mal sehen, äh... Ich will mich grad mal sehen, äh... Außer nicht automatische Höhlen noch so generiert, aber ich glaub nicht. Ich weiß gar nicht, wie es heißt, äh, ihr könnt doch mal in den Kommentar schreiben. Wenn ihr von, ähm, Mistcrafting ein bisschen Ahnung habt und so. Ich bin mich nicht sicher, also... Ich zählt aber wieder vollkommen auf euch. Na komm, ich will endlich eine ungeladene Welt haben. Drüben ist es ein bisschen ungeladen. Oh geil. So ungeladen meinte ich, das ist natürlich jetzt auch nicht. Hier. Ah, hier ist... Ne, hier sind auch keine Höhlen dran. Äh, was haben wir noch für ein Buch da zur Auswahl? Das... Leg. Äh, 146 mal zur Auswahl. So. Oh, gleich schwarz. Ach, dieses Clostone-Ding war das. Ja, episch. Ich mein, können wir das hier und das hier mal weghauen? Braucht das kein Schwein mehr? Und ansonsten, was gibt's denn noch in... Warte mal. WTF? Ist egal. Ist auch alles so ein bisschen... ...strange hier irgendwie. Ist so... Ist sehr eigenartiges Spiel. Muss sagen wir mal so. So, was gibt's denn hier noch? Hier gibt's ähm... ... ein paar Erze. Viele Erze. Und auch irgendwie keine Erze. Das ist irgendwie ein bisschen strange alles. Oh, dieser Schnee nervt hier. In der Wüste Schnee ist sowieso ein bisschen lustig. Wir haben mal... Vielleicht gibt's ja weiter unten irgendwie. Irgendwas. Ups. So. Boah. Komm, bring mich runter. Oh, Dias. WTF. WTF. Ja, episch. Na, über so ne... ... über so ne Meintour freuen wir uns nicht mal. Boah, wie geil. Gibt's noch mehr Filmzeug? Oh. Oh, Tanksten. Ich bin mir zwar sicher, äh... ... neue Erze sind zum Mehrwert als neuen Tanksten, aber... ... äh... ... egal. So, gibt's da sonst noch irgendwie... ... irgendwas? Ja, Closed und Crystal und so, ansonsten gibt's anscheinend nix. Okay, gut. Dann, ähm... ... würde ich aber auch mal sagen, wir sind bei 13 Minuten. Äh, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten LP.